Hier kommt der deutsche Meister am Scooterfahren, Timon Kunze. Ich würde gerne gegen dich in Liegestütze antreten. Aber nur, wenn der Verlierer mit Klamotten, mit dem Frontflip ins Wasser springt. Bin dabei! So Freunde, jetzt aber runter und let's go! Mal schauen, wie viel Power dieser junge Mann hat. Hier tritt an Scooter-Profi gegen BMX-Profi. Was denkt ihr? Wer wird dieses Battle gewinnen? Schreibt es in den Kommentar rein. Und wer wird natürlich heute mit Klamotten ins Wasser springen müssen?